So, da bin ich wieder. Ei, ei, ei. Da ist noch einiges passiert, gell? Das war halt blöd. Das, oh wie es das alles nicht aufgenommen hat. Was machst du jetzt aus so einem Glas Wasser nehmen? Da ist alles soweit fertig, ja. Sehr gut. Würde ich sagen... Ja, denke ich, du, hm? Ja, das war ich weg. Ja, alles ist weg. Was noch, denke ich, bloß. Und kannst du jetzt... Was meinen wir denn? Obstraktes Gemälde. Pop-Art, klassischen Gemälde. Realistische Gemälde. Klein. Und da müssen wir es. 800 kostet der Computer auch. Teuer. Wo ist denn dein Vater? Alter, wieso stehst du da an der Straße, wird es wieder fahren werden. Bist du des Wahnsinns? Jeder weg. Ich bin da draußen in das Klo, so. Was haben wir hier noch? Ich habe es aber nicht ganz ganz zu geerntet, glaube ich schon, ne? Oder noch nicht doch was Eis geerntet. Oh. Wir haben hier hinten ja einen Garten. Cool. Und da ist schon alles dran. Also, Stefan. Wo fangen wir an, damit? Apfel. Ernten. Was? Erdbeeren. Ernten. Wir helfen euch. Das. Das ist schon einiges, was du jetzt hier zu sammeln hast, Stefan. Wir werden jetzt hier alles ernten. Verkaufen. Werden wir sehen. Grins. Oh, wir werden Hausaufgaben helfen. Ja. Spülmaschine. Wartet ja nicht. Fernseher. Ja. Tanzen. Kannst du das nix machen, wenn du wieder im Club bist. Wo bist du denn eigentlich? Komm. Ich freue mich alle. Mach jetzt. Da. Ja. Fernten, 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 fernten. Ernten, 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 ernten. Ernten, 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 ernten. Ernten, 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 ernten. Ernten, 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 er Das ist nochmal ein kleines Pop-Art. Duschen, dann lassen wir ihn raus auf die Leute los, dann kann er ja jetzt noch Party machen oder so. Den Nachtdruck gehen wir jetzt um, oh 3 Uhr morgens wird ein bisschen spät. Ah ja, vielleicht ist er auch ein bisschen schneller. Wer weiß. Was wird das, Ophelia? Können wir gucken? Ja. 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 Ja, ich muss ihn noch mal kosten, aber. Ja. 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 Das musst du sowieso machen. Auf jeden Fall musst du die machen, sonst machen wir wieder Schule. Du lässt sie jetzt in Ruhe und kannst dir, was weiß ich, vielleicht bei Hausaufgaben helfen, ja. Oh, das ist das, was weiß ich. Shusha! Buffano! Dowie! Krippara! Und du kannst jetzt noch mit deinen Tochterkaioschen reißen. Achja... Ähm... Uh, Daenerys, du hast da wieder... Wow, sexy Sachen da! Äh, mit... dieser Carolin kannst du ja... ähm... reisen... Heu, Carol, bitte! Achso... Sie schläft! Äh! Egal, gehst einfach so... zum blauen Samt... Mal gucken, falls da jemand ist... Jetzt nicht an sich selbst kümmern... ähm... paar Kontakte knüpfen... keine Ahnung... Die Spiele hatten auch schneller, bitte! Ich wollte heute eigentlich noch was anderes machen... wir haben gleich ein Uhr... komm, mach jetzt! zum blauen Samt... zum blauen Samt... Pflanzen... ... ... Ist ja jemand? Ne, ich hab nicht... Um 6 Uhr morgens... Ja... hier ist er auch gleich in der Schule... so... ja... ein... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Warte mal einen von seinen Freunden einladen, Karo, blauer, einstecken, warte mal, ne Moment, ähm, einladen auf aktuellen Konstrukt abzuhängen, wo ist die denn, äh, ja, der bis zu 8.1, Fabian, sag mal, ey, ich will die Karo und mich irgendwie nicht ab, Leute, äh, Freunde, Haushalt, Romantiker, schön. Seit Kim Steffens, hm, vielleicht kommt ihr euer selber so, irgendwie mit ihr ein bisschen, ist jetzt gut. What? Tch. 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 Oh Prata, Kwasanax, Thelma, Yibzy, Badish. Wer in der Hose? Ich gehe nach Hause und ist gut. Wer in der Hose? Oh, ich hab's schon wieder ab. 4, 20 Minuten oder was? Keine Ahne. Also war wohl nix. Dass er da hingeht. Einladen nach Agnen kannst du doch abzuhängen. Hi Karo, hast du Lust vorbeizukommen? Ich bin euren Sohn. Meine Tochter ist jetzt auch nicht. Achso, ne, sie muss ja nicht zur Schule. Hey du Trottel, hinter dir. Wann wird das gepennt? Da. Alter, Alter. Wieso rennt sie weg? Hm. Wie sieht es aus, muss es wirklich? Ja, komm, wir pennen und ist gut. Okay, ja. Was machst du da? Ja, komm, wir kaufen mal den Tag und fertig. Oh, wir können es bald den Computer leisten. Schön. Ja gut. Keine Ahne? Ja. Ah, rieb. Warte mal. Daenerys, ein Laden auf aktuellen Wunschung abzunehmen, falls es geht. Hey Dany, sind wir los von Ateron? Ja, cool. Dany, wo bist du denn? Ist er schon da? Da ist sie. Cool. Dabei rufen. Und da. Genau. Jetzt ist die eine noch da. Ach so, ich darf nicht sie eingeladen. Hupsala, das hab ich vergessen. Oh, es wird jetzt ein bisschen schwierig jetzt, weil ich jetzt zwei heute hab. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, Dany. Oh. 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 Egal, ich könnte hier unten quatschen. Und Stefan, wenn du schon hier Besuch hast. Stehe bitte auf. Die Vorles extra wegen der hierher gekommen, also. Wie gleich ist hier weg, wenn du schon nicht fährst? Oh, mein Bauch, halt die Klappe. Vielleicht ist die Frau weg. Und sie ist weg. Nee. Halt. Kannst du draußen hingehen? Oh, so, halt da. Hier hingehen. Deine Tochter geht mit ihrem Besuch hier oben hin. Oh, kommt die mit oder was? Halt. Das müssen wir gleich ändern. Halt. Die andere darf nehme ich nicht herein. Ah. Tür, ob sie sich nicht höher. Geht, außer wo geht. Ha. Ach, nee. Jetzt ist die alte trotzdem da drin. Ja, Stefan, ruf deine alte hier. Meine Güte, bist du so doof für alles. Geh hier rein. Lass den Fras da unten liegen jetzt. Meine Güte, wo bist du denn? Da. Ah, nein. Stefan. Nochmal jetzt im Moment. Aufgeben. Halt. Wo ist die Frau? Können die Mischerei rufen. Was, wenn du jetzt unten wärst. Beleg deinen Arsch jetzt. Halt. Probieren wir es jetzt herbeirufen. Zu weit weg. Ja. Wo soll die denn sonst sein zum... Machen wir mal hier ins Zimmer und fertig. Hier hin gehen rein. Ich wollte eigentlich was anderes machen mit den anderen beiden Mädels. Wurfe deine Schnalle jetzt. Ratschen, keine Ahnung. Wir sind jetzt alle bei ihr drin, Mann. Ich wollte das jetzt nicht so haben. Boah. Sims, du bist ein scheiß Spiel. Mann. Stefan. Stefan. Plauder da mit der alten. Und lass Dinaris in Ruhe. Wann mal mein Zimmer reden? Blblblblblblblblblblbl. Ophelia. Ophelia, hallo. So. Wie kann man schauen, dass die jetzt... Oh Mann, wird die haben so einen Scheiß herbeirufen. Weil es im anderen Stockwerk ist, geht das nicht, ey. Wow, das ist so zum Kotzen. Egal. Egal, dann machst du halt irgendetwas anderes. Okay, dann kommen wir auch da in den Norden, und dann fahren die, ey. Das ist von mir, die hier in den Bladen. Bop, Sani, Yimba, Mac Haa, Floopy Oh, Enfora Higluna, Wohl Hahaha Jeff, Benot, Ibanahu Benart, Pelka Kommt die mal wieder aussehen noch Oh, Zonu, Warbuck 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 Hey Wo können die jetzt denn Geht die jetzt nach Hause Ja Stimmt, ja, tschüss Ha, Trottel So Was schnackst du eigentlich mit mir Kommt die mit über Outfit machen Hey, cool, Outfit, danke Halt Ach, Gäscher, Mann Ach, Gäscher, Mann Wird sie bei Vampire machen Keine Ahnung Bokana Linhlo, Warbuck Shufa Yab Ha, 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 Ha Oh Emma Yabani Shufa Yabani Juhu May Shufa Loo Shufa Mhmm 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 Hm... Ich denke, das ist alles... Zufa, Farcefe Froben, Skumplande Shalva, Barlini Yorid Bar, Passa, Arvani Shopsshin, Zubar Seneke Bispa, Flo-Nite Gruhana, Diloba Oh, Lempima Na, dengy day Und der pinkelt sich jetzt ein, oder was muss er jetzt machen, Stefan? Spiel, jetzt mach was, du sollst, pinkeln, dann pennen. Na ja, ähm, gut, würde ich sagen, dieser Stelle speicher ich schon bis jetzt dabei. Nächsten Mal, mal gucken wir, nächster Schritt. Wer ist so, sei denn jetzt den Computer zu holen? Goll. Das brauchen wir in den Computer, trapezieren, das können wir auch später machen. Hier war nur ein Teppich und Wäschekorb. Hier war so ein weiß-schwarzer Teppich, ein beige Couch, Holz hier, ein Fernseher. Das war im Gestand auch noch. Mehr Teppich, 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 Wäschekorb. Einmal Herz, Liebe. Sehen wir halt dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.